Wir sind hier auf der Karwan Saloon in Düsseldorf und gucken uns hier heute mal ein paar Kämpferwärts an. Der Tour 540 von Clever hat eine sehr interessante Farbe. Also schaut euch mal den Lack an. Der grenzt überall, da kann man im Wald stehen, da kann man outdoor stehen. Ist auch auf outdoor angelegt, wie man sieht. Hat der auch eine outdoorbereifung, ich glaube es müssten 18 Zoll sein. Wenn sich ein Allrad fahren wird. Ja, 165 PS. Im Grundpreis kostet der 41.990 Euro. So wie hier auf der Messe steht, 74.690 Euro. Da ist natürlich auch alle Sonderaufbauten wie Folierungen, Frontfügel, Frontscheinwerfer und so weiter, alles drin. Alles was outdoor bereich mit drin ist. Sogar die Türgriffe sind hier komplett poliert. Also es ist ein richtig schönes Fahrzeug von außen. Innen drinnen normaler Clever mit einer Dometic-Buchschrank. Von beiden Seiten auch zu öffnen. Die schöne Polsterung, sieht echt bequem aus. Ja und wie es üblich ist beim 5,40 m Fahrzeug, eine relativ kleine Dinette mit einem kleinen Tisch. Aber die Polster sind wirklich toll. Leider keine Automatik, sondern nur Dankschaltung. Aber die Fahrzeuge werden eh noch bestellt. Von der Ausstellung her kann man ja auch eine Automatik mit reinpacken. Ja, tolle Optik. Mit dem gebeizten Silber. Hier auch ein Badezimmer. Soll man Licht anmachen? Ja, absolut ausreichend. Ich krieg schon die Lappe kaputt. Ja. Und ansonsten natürlich ein Querschläfer. Fahrbahn mit viel Stauraum hier auch. Große Fächer. Und du kannst das hier schön unten drunter stellen. Das heißt, die kann man hier einklappen. Das sieht man schon an den Scharnieren hier. Ja. Ja. Und dann... Hat man eine relativ große Garage, ne? Genau. Hier auch wieder Ablagemöglichkeiten. Hier hat man auch wieder eine Verlängerung für die Tüchenzeile. Was auch direkt rüber geht, ne? Das hat man auch nicht oft. Genau. Kleiner Besteckkasten. Ja. Große Fächer. Schönes Fahrzeug, was hauptsächlich wegen der Optik glänzt, ne? Und den Rädern. Ja. Dieser Outdoor-Look, der ist echt toll. Das war der Tour 540 von Clever. Hier mal vier Arrat. Jesper M болt! Es war der Tour 540 von Clever.